Ich weiß, was Spiva für Geräusche machen. Ah, ich hab schon wieder einen falschen Knopf getrückt. Wir waren mal wieder Köpfe kaufen und Waffen kaufen. Er hat eine Säure-Bazooka. Ich habe ein paar neue Köpfe, wie man eventuell sehen könnte. Ich nehm jetzt Seen hier mal. Und ich hab eine neue Waffe. Äh, ne, die hatte ich schon letztes Mal. Den hier. Einen total eigentlich ziemlich nutzlosen Golfer, mit dem man aber ein bisschen Spaß haben kann. Man kann ihn durch die Gegend schlagen. Wer weiß. Wenn er von meiner Säure getroffen wird, ist er sofort tot. Ähm, jetzt machen wir diese komische Zeit, die dazu gekommen sind. Naja, wenn du von meiner Granate getroffen wirst, bist du auch sofort tot. Ich hab trotzdem das schönste Gesicht der Welt. Los geht's. Hast du gehört, was er gesagt hat? Keine Ahnung. Du sollst rennen, als wenn du, ähm, durchfallen hast. Okay. Und es kommt gerade raus. Okay. Okay, pass auf. Soll ich's nochmal versuchen? Aha. Oho. Glaubst du, ich kann mit dem Golfball Dinge einsammeln? Na, danke. Das gehört auch irgendwie Probleme, da reinzukommen. Ja. Ich glaub, das verkacken wir. Komm da einfach rüber. So, jetzt, hilf mir da hoch. Er hilft dir. Der sieht aber ja auch noch schön aus. Ja. Ich glaube, er dankbar. Äh. Okay, dann hält mir nicht. Ich glaub, da muss man schnell rüber. Rennen, renn, renn. Okay. Vielleicht doch nicht. Einer von uns sollte erstmal oben sein. Okay, mach das. Jetzt rennen. Ach so. Das hat super geklappt. Das liegt nicht an mir. Sollen wir das nochmal probieren? Ich sag, wir gehen zum nächsten Level und machen die im Nachhinein die Bonus-Level, okay? Okay. Aber wir hätten das doch geschafft. Ja und? Ich will keinen Erfolg. Nützlicher Hinweis. Lass ihn nicht im Stich. Das ist irgendwie voll hoch. Das funktioniert wirklich. Erst leg mal nochmal den Raum, wo wir Feuer waren und dann sind wir plötzlich hier. Ja. Exit. Exit to make you. Ich hab'n Ball und ich werde ihn benutzen. Ich werde ihn benutzen. Der Pickel. Guck mal, der hat die gleiche Waffe wie du, nur dass er irgendwie ein bisschen anders seine Säureblasen hat. Bin ich gerade auf der Säureblase gesprungen? Ich glaub schon. Ich will eigentlich jetzt nur da rüber. Ich glaub, da war was. Mal hier. Ja, da war was. Du legst grad voll rum. Echt? Ja, das ist gut. Äh, im Spiel oder von der Stimme? Von der Stimme. Äh. Jank. Jank. Jank haben ihn holen. Jank haben es geschafft. Ups. Danke. Ja, warum hab' ich das geschafft. Und... Hinter dir ein Toast. Da. Ich hab' den Toast gechillt. Schnapp' den Ball. Mit dem Ball könntest du vielleicht drüber kommen. Ich kann's ver... Ich könnt's versuchen, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Nein, Toast. Tschüss Toast. Ich hab' den Toast als... Äh... Wortgegillungsmittel genüxt. Kannst mal auf mich warten. Na gut. Ich hab' den Toast gegrillt. He-Hill-Toast, lecker. Oh, ne, die... Gute. Oh, ne, die... Oh, ne, die... Fokus auf Ganon. Ja. Ich hab' den schon in dem Community Level gesehen. Wir haben alles. Die hab' ich schon im Let's Play gesehen. Die waren zufällig im gleichen Level. Ah. Seen, clear. Tschung, 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 pang, pion, pion, pion. Pion, pion. 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 Ich hab' grad'n... Weißt du das oder hab' ich grad'n' Game gefunden? Ich hab' mich da reingeworfen und dann... Hier. Hast du irgendwie schon mal die Waffe nichts mehr gemacht? Ja, ich hab' meine Waffe geändert, denn der Golfball ist irgendwie nicht ganz so nützig, wie ich's mir erhofft hatte. Warte mal. Okay, ich hab's verdächtig gehalten. Ich bin einfach immer und überall eine Schönheit. Ja. Ja. Ich glaub' wir sollten da oben echter. Ja. Warte, ich komm' wieder runter. Ja. Warte, warte. Warum änderst du die ganze Zeit, Badge? Ähh... Hä? Ich hab' keine Ahnung. Geh an Bord. Ist da gerade eine Eingewalde hoch in den Block rein? Nein, nein. Was? Oh. Einer macht das, okay? Ich mag frohe Tränen. So, ich komm nach. Kannst du Grimm? Okay, jetzt fällt mir. Warte mal. Oh, ich weiß was. Ich auch. Ey! Was? Das kriegst du zurück. Irgendwie klappt das Teil nicht so gut bei mir. Das geht immer runter. Ach, hier gibt's neue. Alter, hab ich mir umsonst oft gespart. Mag dich deine nicht. So geht's auch. Wie hat er das nur geschafft? Psss. Agi. Sie im Clear. Kachin, 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 tsching, oh. Fung mal. Au. Hier. Der hat mich gerade Baby genannt. Keine Ahnung. Okay, wie ist das jetzt passiert? Hm? Was ist da passiert? Ich habe eine Granate auf uns geschmissen. Wie habe ich das überlebt? Ah. Ach, weißt du was? Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Verräter. Ich habe davor gesorgt, dass du gerade gestorben bist. Ja, habe ich gesehen. Wollen wir mal hier umgucken. Okay. Yay. Nö, da ist nichts. Ich weh dir den Gott an. Okay, das war fies. Okay, nach dir. Hallo. Ich will dich immer verarschen. Ey, ich will die Katze treffen. Geht doch. Okay, ich glaube, wir müssen den anderen werfen. Was war jetzt? So. Katze erledigt. Boah, diese Selbstzerstörung ist Attentate. Was heißt ja Selbstzerstörung? Ich habe mich nicht selbst zerstört. Ich habe dich zerstört. Wolf Bälle. Ach. Was? Was? Wollen denn? Ja. Was? Moment. A random event. Ich habe gedacht, gerade weil ich dich gekehlt habe. Achso. Au. Bin ich gerade in meine eigene Granate gesprungen? Okay. Ich muss mich gar nicht darum kümmern, dich zu töten, nachdem ich dir den Hut abge... Wie war das denn beide? Äh. Äh. Soweit ich weiß, nur der da den ins Ziel bringt. So läuft das also. Aufmerksamkeit. Hätten wir vielleicht nochmal in den... Hätten wir vielleicht nochmal in den... Hätten wir vielleicht nochmal in den anderen Teleporter gehen sollen? Weiß nicht. Der hat doch alles. Stimmt. Okay. Stand da jetzt noch was bei dir? Nö. Ja. Ich glaube, du hast aber nichts bekommen. Zwischenstopp im Shop oder direkt in den nächsten Level? Direkt weiter. Dann gehen wir wieder shoppen zwischen den Folgen. Ich glaube, das ist ein Fremden. Eigentlich sogar ein recht guter, fand ich. Hör auf mit deinen Säuren. Au. Das ist gefährlich. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? So. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber ich stelle ihn mal hier oben hin. Du kannst halt direkt dort vor, du. Ah. Ah. Wieso habe ich das Gefühl, es ist nicht gedacht, dass wir den da oben haben? Na ja, und wenn schon. Soll ich den Platz mitnehmen, oder? Ich glaube, Tim brauchen den. Sicher? Plötze sind immer nützlich. Vielleicht kannst du den auf der einen Seite hin tun, damit die dann nicht mehr... Oh, das ist schlau. Für Glück schon mal. Immer wenn man sich freut, dass der Anbörner was verliert, geht mal. Aber irgendwie ist das Spiel dadurch auch witzig. Okay. Oh. Das kenne ich. Okay, ich spawn einfach da, wo ich eben schon war. Äh, Schieberätsel. Das kann ich gut. Ja, schieb einfach vorne raus. Also das auch. Ich hab mich eingesperrt. Auch wenn du nicht da drin bist. Hey, wäre es logisch. Das sind auch, glaube ich, seit Gebäuden. Äh. Ich glaube, ich muss nur auf die andere Seite. Okay. Oh. Müsst du da auch hingehen. Da war irgendwie irgendwas im Weg. Ja, daheim Lassel. Yo. Ja. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht versehentlich in den Ausgang fliegen, oder? Ja. Ab alles. Die Musik ist das Beste. Die Musik ist das Beste. Die Musik ist das Beste. Fahrrad? Fahrrad? Keine Ahnung. Wir haben es mal geschafft. Yeah. Jetzt müssen wir hier wieder rein. Ich muss gerade neben der Tür in die ganze Flur. Ja. Mach mir das mal nach. Haben wir jetzt den Level übersprungen? Nicht genau. Doch, haben wir. Wir müssten, glaube ich, nochmal in den Level zurück, um da auch alles zu bekommen. Ich gehe hier hoch. Okay. Ich gehe sterben. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Kann man die Charaktär eigentlich generell weniger Arbeit tun als deiner. Aber, ehrlich gesagt, bezweifle ich es. Na, danke schön. Blub, 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 blub. Nieu. Oh. Nein. So macht das ein Traum. Nein. Oh. Ja, genau so muss man diese Teile kaputt machen. Es geht. Boah, ich hasse diese Medi. Au. Was explodiert das denn? Die schwarzen Ränder sind immer noch da. Vielleicht haben wir eine falsche Auflösung eingestellt. Ich hab die Röste. Ich eigentlich auch. So. Au. Ich dachte, ich wär das... Danke. So. Weiter geht's. Vier, fünf, sechs Sternchen. Yay. Ah. Und zum nächsten. Oh, Spider-Man. Ups. Ähm, zubachen. Ja, schon dabei. Ich würde empfehlen... Wollen wir den mitnehmen? Höher zu stellen. Stimmt. Dann schieb ich den nochmal kurz zurück, damit man den da ein bisschen höher stellen kann. Den da. Den zweiten. Nein, den... Okay, so geht's auch. Wollen wir dir doch. Oh. 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 Oh, that fast. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Was war das? Wo bist du? Hier oben. Und was hilft uns das jetzt? Warte. Achso. Soll ich wegmachen? Unterlassen. Links oder rechts? Ich glaube rechts ist das Wollknäuel. Egal, können wir es nur wieder gleich holen. Ich gehe kurz nach rechts. Ja. Zieh an. Au. Ich gehe mit ihren blöden Granaten. Was heißt hier blöde Granaten? Granaten sind was Feines. Warte kurz. Ich hasse diese Granaten. Ja, ich merke es. Ja. Granaten gegen Granaten. Mal sehen, wer den kürzeren zieht. Äh. Das war jetzt nicht ganz so hilfreich. Au. Lass mich hier mal alleine spawnen. Hau ab. So. Geh mal beiseite und lass dich nicht immer von den Granaten treffen. Verräter. Verräter. Verräter wird verräter. So. Jetzt aber. Ach, du auch. Ja. Wir haben es schon. Wir haben es schon längst. In dem Community Level von Super Mario. Da gibt es auch so eine Metroid-Stelle. Okay. Die ist voll cool. Aber übelst schwierig. Du musst in der Zeit nach ganz oben kommen. Wollen wir jetzt nochmal... Zerbröckeln. Ah. Wollen wir jetzt nochmal schnell... Ich hab's verstanden. Wollen wir jetzt nochmal schnell ins erste Level oder... Folge beenden. Ja, wir haben gerade 21 Minuten. Okay. Dann wiedersehen. Dann wiedersehen. Dann wiedersehen. Dann wiedersehen. Dann wiedersehen.